Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Riesenzahn kann jetzt ganz, ganz wichtig werden. Mit Rückenwind 420 Initiative müsste er schneller sein als alles. Ja. Mogelhieb. Er würde bestimmt Mogelhieb auf Kramurks machen, ne? Er würde bestimmt Mogelhieb auf Kramurks machen. Er hat Doppelmogelhieb, fällt mir gerade auf. Ist also egal, was ich mache. Er hat Doppelmogelhieb. Macht er Doppelmogelhieb? Gut. Nein, er macht nur einmal Mogelhieb. Was macht er mit ihm? Und chillt? Knuddler daneben. Geil! Das ist sehr gut. Wenn er jetzt Reflektor macht. Ich mache Sonntag. Auf jeden Fall Sonntag. Dann könnte er trotzdem sterben. Sonntag. Den Knuddler habe ich nicht verstanden. Also erstmal macht Seelenbruch doch viel mehr Sinn. Und wieso macht er keinen Schild? Oder Mogelhieb? Ich hätte einen Doppelmogelhieb gemacht. Nach der jetzt den Reflektor. Nach der Terra. Er ist Terraflug. Schildmogelhieb macht krass. Kampf, okay. Schmetterrahmel. Wenn er keinen Reflektor macht, macht Schmetterrahmel trotzdem übel Schaden. Er macht Reflektor. Scheiße. Scheiße. Geil. Gut, da ich Durchbruch draufgepackt habe. Geht Donnerwelle jetzt eigentlich. Boah, das tat weh. Komm, Lack. Ich brauche ein bisschen Lack. Natürlich nicht. Er wird eh wieder Reflektor machen. Ich kann direkt wieder Durchbruch machen. Nö, falls er das versucht irgendwie zu predikten. Mach's so. Und versuch mal, ob Donnerwelle klappt. Wenn er jetzt getarrert ist. Das würde mich auch interessieren. Aber normal geht er auf Elektropof und geht Donnerwelle nicht, ne? Den zurückgerufen. Das ist gut. Ist das gut? Weiß ich nicht, ob das gut ist. Oh, Mann. Er hat den Reflektor doppel-doppel-prediktet. Ich hab's doppel-doppel-prediktet. Geil. Er hat gedacht, ich mach wieder Durchbruch. Rückenwind hat sich gelegt. So, er ist... Kampf, ne? Hier, Flatterhaar. Du musst ein Lichtschild machen. Ah, er wird wieder Mogelieb machen. Aber trifft mich nicht. Also kann er nur Kramwurks mit Mogelieb machen. Ah, ich werde jetzt eh tot sein. Obwohl, ich müsste ihn eigentlich rauswechseln. Der ist eigentlich zu wichtig. Als dass ich ihn durch den Mogelieb sterben lasse. Nochmal ein Rückenwind kann so wichtig sein. Ich mach einfach Volt-Vexflow und bring den dann wieder rein. Aber ich will den nicht durch den Mogelieb verlieren. Du kannst so viel Lichtschild machen, wie du willst. Der hat gar keine Spezialverleidigung. Es gibt mir irgendwas für Volt-Wechsel. Oh, oder Erdkräfte. Kräfte. Ich bin sowas von schneller. Abfahrt. 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 Sooo BAM Es ist doch bestimmt Donnersichel vorne Für Rückenwind oder? Boah, damit habe ich gar nicht gekriegt, er macht Erdbeben Er macht einfach die Erdbeben-Taktik Crazy Das habe ich gar nicht kommen sehen Ähm, Eisturm Ist Boden sehr effektiv gegen Eis? Gute Frage, ne? Ich bin gespannt, ob er trotzdem Erdbeben macht Oh, guter Schaden Macht der, der macht Eiskreise Hm, danke Er hat Überreste da drauf, krass Unerwartet Unerwartet Initiative erhöht Gut, dass ich nochmal Eisturm mache Damit bist du schön langsam Ich glaube, ich würde auch den Botoggle gerne auf Terra-Eis machen Damit Eisturm noch mehr Schaden macht Erstmal Flatterhaar-Killen Ich müsste eigentlich schneller sein Der ist einmal minus 50 Na Ah, ich habe Rückenwind Was rede ich denn da? Natürlich bin ich schneller Natürlich bin ich schneller Was ist der? Nur Stahl, ne? Da geht doch Donnerbälle Ich glaube schon Ich glaube schon Auf Fee Auf Fee Schlurm auf Fee Auch spannend Schlurm auf Fee Hä, dann würde man nicht eigentlich irgendwas wählen, was Bodenschwäche hat? Schlurm auf Fee Also als ich den gespielt habe, war der glaube ich Feuer oder so Oh, schön, paralysiert Perfekt Vielleicht hatte er Angst wegen einer Feuerattacke I don't know Sacco Ferreiro Sacco Sacco Ferreiro Der Sack Eine Runde noch Rückenwind Machen wir nochmal eine Donnerwelle Eine schicke Donnerwelle Eine schicke Donnerwelle Eine schicke Donnerwelle Und einen Donnerblitz Einen Terra Donnerblitz Donner ihn weg Er wird weggedonnert Donnert ihn Noooooooi Die Paralyse war sehr, sehr, sehr wichtig Wäre Kramurks jetzt gestorben, hätte ich keinen Rückenwind mehr gehabt Oh, das hätte, das hätte ganz böse enden können Das hätte ganz böse enden können Wird er wechseln auf Wisst ihr was? Ich habe übel Angst, dass er wechselt auf die Ramme Und der Donnerblitz gar nichts macht Deswegen gehe ich auf ihn Ha! Predict Lou is back Dein Predict habe ich Konterpredicted Konterpredikt da bin ich Kon... Konterpredicted Ah, der war... Der hat sich gut angefühlt Der Konterpredikt, Leute Der Konterpredikt Der mir eventuell jetzt das Game rettet Yohoые Ah, der Konterpredikt Of Jauu, Flammenlitz Ich bin mit dem Rückenwind eh noch schneller Was macht Überrumpler bei dem? Oh, nicht sehr wichtig. Okay, Flammenblitz, rein. Mondgewalt. Rein. Rein. Ciao, Grandi-Zanne. Flammenblitz. Bam, weg. Es hat halt nur noch das Boot-Hodell. Und ich habe noch den Rücken-Event. Selbst wenn du ein Schutzschild machst, mein Jutester, das schaffst du nicht mehr. Das schaffst du nicht mehr. Ich sage es dir. Hat er noch zwei Pokémon? Nee, eins, oder? Flatter habe ich besiegt. Ein Pokémon noch. Was machst du? Was gibt es da zu überlegen? Drück. Hallo? Hallo? Ah, der Sakko. Sakko Ferreo. Donnerblitz würde dich so besiegen. Oh, ich kann sogar Flammenblitz machen. Das ist sehr effektiv. Nee. Ich gehe darauf, dass er ein Schutzschild macht. Um mich abzufacken. Also, das kann er nicht mehr gewinnen. Das kann er nicht mehr gewinnen. Das überlegt er. Mach eine Attacke und los. Ich glaube, er will abfacken mit Zeit jetzt einfach. Digga, ich habe gewonnen. Wenn man gewinnt, kann man nicht abgefuckt werden. Man kann nur abgefuckt werden, wenn man verliert. Kannst auch eine Stunde warten. Ich nehme den Wind mit. Der wird eingepackt. Eingetütet. Der wird eingetütet. Mir witzig, wenn er jetzt irgendwie drei oder viermal hintereinander das Schutzschild treffen würde. Wenn er jetzt nochmal Schutzschild macht, es wieder trifft. Und dann nochmal Schutzschild macht und es wieder trifft. Er wartet jetzt wieder. Ja, er will abfacken. Der Sacko. Der Sacko fährt er wohl abfacken. Der Sacko kann es nicht wahrhaben, dass er verloren hat. Weil dieser eine Predikt, dieser Konter-Predikt, der war es. Der Konter-Predikt, der war es. Wusste ich, dass er wieder Schutzschild drückt. Er will einfach abfacken. Macht aber nichts. Wahrscheinlich meint er jetzt auch Rage-Quid. Er hat sogar euren Gurt an. Krass. Will er doppelt abfacken. BAM! Sacko. So gefällt mir das Team. Gewonnen, verloren. bye.